Sein Privatleben hält Enrique Iglesias, 42, so Gümela Radio, weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch wie stolz er auf seine vier Monate alten Zwillinge Lucie und Nicolás ist, muss er einfach mit seinen Fans teilen. Auf Instagram hat der spanische Popstar ein süßes Foto geteilt, auf dem er eines der Babys ganz lässig auf der Hüfte trägt. Dazu schreibt er, ich kann noch immer nicht glauben, dass du zu mir gehörst. Das Album, Sex and Love, von Enrique Iglesias können sie hier bestellen. Auf einem anderen Schnappschuss sitzt der Schmuse-Sänger auf der Couch, flankiert von seinen Zwillingen. Das Trio schaut Fußball. Wie verneid Iglesias in seine Wanne poppen ist, zeigt er auch in einem Video, in dem er eines seiner Babys niederknutscht. Iglesias' Frau, die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova, 36, hat die Zwillinge am 16. Dezember in Miami auf die Welt gebracht. Die Schwangerschaft hatte das Paar zuvor geheim gehalten. Umso schöner, dass Papa Enrique seine Fans nun an seinem Glück teilhaben lässt. Das Spiel hat es kinda noch nie Green New pretended. Untertitelung des ZDF untertitelung des ZDF für Geheim election. Bis zum nächsten Mal.